Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen zurück zum Tele-Stammtisch zu unseren wöchentlichen Recaps von The Last of Us, der HBO-Serie, die ihr aktuell in Deutschland sehen könnt, unter anderem bei Sky und auch auf Wow. Ich bin das du und heute habe ich den Chef persönlich bei mir. Hallo Andi! Hallo! Hallo, ich bin der Nackedei. Ich mache ins Klo die Kacke nahe. Ja, ich dachte eigentlich, ich hätte diese Ausgabe jetzt schon gut unter Kontrolle. Es stimmte nicht, ich habe mich vertan. Ich möchte mich im Vorfeld noch für alle anderen Entgleisungen meines Gegenübers entschuldigen. Andi, wir sind heute nur zu zweit, weil, Überraschung, die anderen Leute vom Tele-Stammtisch haben sowas wie ein Leben. Diese Idioten. Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Wir haben auch beide voll unsere Hausaufgaben gemacht, oder? Also wir haben uns richtig vorbereitet, kann man sagen. Total. Und vor allem, ich finde, dass diese Konstellation, also zwei only, passt auch zu der Folge ganz gut. Ja, ich hoffe, dass nicht alles, was in der Folge vorkommt, auch hier passieren wird. Also, mal gucken. Ich würde unglaublich gerne mit dir mal Mortal Kombat spielen. Das steht außer Frage. Und so eine Maske bringt es auch stehen, ja. Gut, bevor wir anfangen, erstmal so die ganz groben Fakten zur Folge. Die Folge heißt Left Behinds, Rückgelassen, geht 53 Minuten. Das Buch stammt vom Last of Us-Schöpfer Neil Druckmann und Regie führte Liza Johnson. Das ist eine sehr erfahrene Serienregisseurin, die hat schon für unzählige Serienepisoden inszeniert, zum Beispiel Silicon Valley und Barry. Und die Folge beginnt im kalten, kalten Winter, denn wir erinnern uns, Folge 6 endete ja damit, dass Ellie und Joel geflohen sind und Joel da so einen halben Baseballschläger im Wands stecken hatte. Kurze Frage, was hattest du für Erwartungen gehabt jetzt an diese Folge, nach der letzten? Nachdem ich ja wirklich alle Screener vorab gesehen habe, fast alle bis auf das Finale, war das jetzt nicht so, dass ich großartig eine Erwartungshaltung hatte. Es ist ja eher so, dass hier in diesem Fall ist ja auch noch ein Comic gibt zur Serie, den habe ich in dem Fall gelesen. Und der hat starke Parallelen zu dieser Ausgabe. Und da über Vergleiche zu sprechen, du hast ja auch den DLC gespielt, auf dem das Ganze passiert, das sind so Sachen, glaube ich, da kann man von Erwartungshaltung sprechen oder so. Und ich sag mal, ich habe von dem Comic, den ich danach gelesen habe, eher was anderes erwartet, als das, was ich dann bekommen habe. Okay, was wir in den ersten paar Sekunden dieser neuen Folge sehen, ist ein tolles Bild, nämlich ein Pferd, was in einer Wohnung steht. Ich musste da irgendwie an Klaus und Klaus denken, da steht ein Pferd auf dem Flur, auch wenn die ganze Szenerie jetzt weit weniger witzig ist. Und wir sehen halt, wie Ellie den verletzten Joel versorgt und er flieht sie an. Sie soll endlich abhauen, zurück zu Tommy gehen und ja, aber Ellie will nicht. Die scheint wirklich, also dieses Band zwischen Ellie und Joel scheint jetzt wirklich richtig fest zu sein, denn zumindest mir kam es nicht so vor, als ob sie auch nur einen Gedanken daran verschwendet, wirklich jetzt Joel am Stich zu lassen. Hattest du dieses Gefühl auch? Ja, definitiv. Ihr habt ja schon in der letzten Ausgabe der Recaps besprochen, dass die jetzt auch wirklich, die bedeuten sich jetzt was. Also das ist schon nicht einfach nur noch eine Zweckgemeinschaft und so, sondern aus irgendeinem Grund. Ich meine, es sind ja auch mehrere Monate vergangen, seitdem sie sich kennengelernt haben. Das kriegen wir so als Zuschauer eigentlich ja nur durch die Einblendung mit und deswegen nehmen wir das vielleicht auch gar nicht so intensiv wahr. Aber die kennen sich jetzt mehrere Monate, die haben jetzt mehrere Monate Überlebenskampf zusammen hinter sich. Die sind sehr zusammengewachsen und spätestens hier merkt man das deutlich. Ja, leider Gottes schicke ich voraus. Wir werden von diesem Bündnis nicht mehr so viel mitbekommen in dieser Folge, denn wir sind jetzt in der Vergangenheit. Wir sehen eine Ellie, eine wahrscheinlich jüngere Ellie, wie sie mit einem Walkman umherläuft. Und sobald ich diesen Walkman gesehen habe, dachte ich so erstmal, hä, 80er Jahre? Das kann doch gar nicht sein. Bis ich dann gerafft habe, ach so, ja, sie hat es ja erzählt, sie hat das, glaube ich, irgendwann mal gefunden. Wie hat dir dieser Bruch gefallen? Also von dieser postapokalyptischen Winterlandschaft hin zu Turnhalle mit Walkman? Also erstmal fand ich es schwierig. Ich habe generell so ein bisschen Antipathien gegen Prequels und mir war hier schon klar, okay, das spielt also scheinbar in diesem Ausbildungslager, in dieser Akademie, in der sie tätig war, nicht für die Fireflies, sondern wie heißt die, FEDRA heißt die, genau, für die FEDRA quasi ihre Ausbildung dazu machen. Oh, ist schon schwierig und so und Rebellin in der Berufsakademie und bla, aber das hat sich relativ fix gegeben, dieser Eindruck, spätestens beim Gespräch im Lehrerzimmer, beim Rektor. Genau, denn während Ellie da ihre Runden dreht, kommt sie aneinander mit einer, ich nenne es mal Kameradin, aber sie können sich so ganz leiden. Wir erfahren auch, dass Ellie scheinbar früher eine Freundin hatte, die auf sie aufgepasst hat, die aber jetzt weg ist und, tja, und dann endet alles mit einer Prügelei, die wir nicht sehen, aber wir sehen halt, wie gesagt, später, wie Ellie im, ja, Rektorenzimmer, sag ich mal, sitzt. Der Rektor ist ein militärischer Käpt'n, Käpt'n Quang hab ich mir aufgeschrieben und der gibt uns dann zu verstehen und Ellie auch, dass sie von letzter Zeit mehrere Probleme gemacht hat, was ja durchaus zur Persönlichkeit von Ellie passt, denn sie ist ja durchaus ein Sturkopf. Definitiv, ja, soll sie auch ins Loch sperren oder so, das kennen wir auch von anderen Knastfilmen und hier kann ich schon mal, das möchte ich gerne in der Ausgabe jetzt immer mal machen, ähm, ich hab ja, und das würde mich auch wirklich sehr interessieren, auch bei deinem Game, wo du diesen DLC gespielt hast, also die Erweiterung fürs Spiel, für die Spielvorlage, hab ich ja hier den Comic gelesen, der trägt den Titel American Dreams, also The Last of Us American Dreams, auch von Neil Druckmann. Und das ist die offizielle Vorgeschichte zum Spiel, nicht zur Serie, steht zumindest hier auf dem Cover und da gibt es so eine Szene mit dem Direktor so in der Form, ähm, auch. Das ist jetzt hier in dem Fall nicht von einem Asiaten verkörpert, aber trotzdem, äh, es ist schon eine sehr vergleichbare Geschichte und wir haben noch ganz vorne, also noch vorher, und da weiß ich nicht genau, ob das dieselbe Person sein soll oder eben nicht, könnte es aber, ähm, wenn, wir sehen hier noch im Comic, wie sie quasi in die Schule erstmalig kommt oder zumindest wieder irgendwie kommt, weil sie scheinbar woanders war. Und da gibt es einen, ähm, einen Soldaten von der Fedra, mit dem sie scheinbar irgendwie ein sehr gutes, vielleicht sogar freundschaftliches Verhältnis hat, das ist aber nur ganz kurz angedeutet in wenigen Sätzen und Dialogen und dieser will irgendwie die Verbindung zu ihr kappen. Der kann sie irgendwie nicht mehr unterstützen oder so und, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das der, ähm, dass das der Direktor ist, muss es aber nicht zwangsläufig sein. Ja, und wie gesagt, dann gibt es später nochmal eine ganz vergleichbare Szene, äh, auch in der, in der Schule dann, äh, im Rektorzimmer mit einem halt Rektor. Das könnte dieselbe Person sein, lässt sich aus dem Comic aber nicht deutlich erkennen. Hm. Gibt es im DLC so eine Situation? Nee, gar nicht, gar nicht. Also, der DLC, der ist, äh, da wechseln sich zwei Abschnitte ab. Einmal halt eben diese Episode, wo wir gleich hinkommen zu dem, mit der Amal und dann aber auch, äh, eine Art Kampf in dem Superman, aber Superman. In einem anderen Mall, wo halt Ellie den verletzten Joel reingebracht hat und dann sich halt eben so einer Truppe von Angreifern erwehren muss. Da wechselt sich das DLC halt immer so ab. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, das können wir vielleicht hier auch rausschicken, dass, äh, mit der Mall, wo dieses Prequel, das ist hier sehr stark vorhanden. Also, wir werden jetzt die, die restlichen 45 Minuten der Folge, glaube ich, wirklich auch in dieser Mall verbringen oder in dieser Vergangenheit, sag ich mal. Und es, wir werden in dieser Folge sehr, sehr wenig von Joel sehen. Also, wirklich extrem wenig. Ich glaube, Pedro Pascal-Fans bekommen hier von 53 Minuten, würde ich sagen, zwei Minuten Joel, wenn überhaupt. Also, das ist wirklich, das ist wirklich eine Ellie-Folge, die halt eben, ähm, viele Sachen auch ein bisschen erklärt, weil Ellie ja schon zum Beispiel auch die Figur, den Namen Riley in der Vergangenheit der ersten Staffel schon ein paar Mal genannt hat. Wir werden jetzt hier erfahren, wer Riley ist. Ähm, aber das Erste, was wir jetzt nochmal erfahren vom Käpt'n ist, dass er Ellie für durchaus fähig hält. Und er gibt ihr halt eben zu verstehen, sie hat zwei Möglichkeiten. Sie kann halt eben Sturkopf bleiben und dann endet sie als Fußsoldatin und wird wahrscheinlich irgendwann mal getötet oder stirbt an Langeweile. Oder aber sie kann ihren Stolz runterschlucken und könnte Offizierin werden und dann den Leuten die Befehle gehen. Und Ellie sagt dann, ja, sie will sich bessern, wirkt so ein bisschen Teenager-mäßig halt, so, ja, ja, ich mach's schon. Verlangt ihr einen Walkman zurück und damit ist dieses Gespräch dann auch beendet. Rückblickend habe ich mich gefragt, war diese Szene notwendig? War es notwendig, dass dieser Käpt'n Ellie und uns sagt, dass sie eigentlich ziemlich clever ist? Ich glaube nicht, oder? Ja, es ist halt ein bisschen die Frage, also er hat halt das Potenzial in ihr gesehen, entdeckt und will es eigentlich fördern. Und vielleicht ist dann das auch mal so ein Moment, wo wir halt eine weitere potenzielle Vaterfigur für Ellie auch sehen. Sie selbst hat ja keine Eltern. Wir sehen eigentlich nur, dass sie ständig auf der Suche nach, ja, älteren Personen ist, zu denen sie eine engere Bindung aufbauen kann. Auch in den ersten Folgen, da diese Frau, Freundin von Joel, ähm, das ist dann jetzt hier dasselbe in grün. Ja, dann ist sie halt eben der Rektor. Im Comic ist es meinetwegen noch dieser Soldat. Also, ich sehe darin, wenn überhaupt, halt ein weiteres Beispiel dafür, dass Ellie halt irgendwie einen Bezugspunkt, einen festen Halt im Leben in Form einer erwachsenen Person sucht. Das würde ich bestenfalls noch rein interpretieren können. Und noch ein Unterschied vielleicht auch zum Comic. Im Comic kriegt sie eine Strafe aufgebrummt, das kriegt sie hier in der Serie ja nicht. Im Comic muss sie einen blutverschmierten Truck reinigen, der voller Einschusslöcher ist und den muss sie halt, naja, vom Blut befreien. Hm, okay. Dann wechseln wir die Szenerie in Ellys Zimmer. Ähm, da sehen wir das bekannte Witzebuch, ähm, was jetzt auch noch gleich später zum Einsatz kommt. Und wir sehen sie das erste Mal bei ihrer Lieblingsbeschäftigung und das wird ihr wahrscheinlich gefallen, denn Ellie ist großer Comic-Fan. Und sie liest, genau wie im Videospiel, eine Comic-Reihe Savage Starlight. Die ist aber erfunden, oder? Also, mir war sie nicht bekannt. Die Zeichnung, ich habe da jetzt mal geguckt, das hat ein bisschen Parallelen zu dem Comic hier, aber ich glaube, die gibt es nicht wirklich. Savage Starlight, ich gucke es gerade nochmal hier im Internet, aber, ähm, boah, Etsy gibt es die. Aber ich weiß nicht, ob das echt ist alles. Doch, es gibt hier eine Sache, Book 8, das ist ein Notizbuch. Also, es gibt was zu kaufen. Sieht aus wie ein echtes Comic-Buch. Nee, das ist also ein Replika aus dem Spiel. Das ist kein echter Comic. Okay. Tja, beim Telescharmdisch habt ihr es zuerst gehört. Danke für die Recherche. Und dann wird das Licht ausgemacht, weil es verlangt wird. Und dann dauert es nicht lange. Und, äh, Riley kommt ins Zimmer. Und das erste Mal sehen wir Riley, die gespielt wird von Storm Reid. Die können wir aktuell auch im Kino in dem, wie ich finde, sehenswerten Missing sehen. Mhm. Und sie überrascht ihre ehemalige Zimmernachbarin, äh, hätte aber auch übel enden können, denn Ellie ist echt schnell mit der Hand am Messer. Also, die scheint echt voll breit zu sein, das Mädchen. Ja, das halt, ne, die muss doch ständig unter Strom stehen. Also, kann die noch ruhig schlafen? Und ich meine, scheinbar hat die auch ein Messerangriff, Reichweite und so. Und hier finde ich ja schon mal cool, wird auch schon mal angeteast, was später dann als Musik auch gezeigt wird. Noch kurz bevor Storm Reid durchs Fenster krabbelt, sehen wir schon die MCs, also die AHA-MC mit den Best Of und so, ähm, ist schon drin. Ja, aber ich weiß nicht, ähm, Mortal Kombat spielt, ist auch schon ein Poster an der Wand, sehe ich gerade. Also, es werden schon so ein paar bisschen Sachen angeteast, die wir jetzt im Laufe des Abends nochmal erleben werden. Ja. Und nachdem der Schock erstmal überwunden ist, dann wird natürlich gefragt, wo sie war oder wo Riley herkommt und sie gibt dann offen zu, sie ist jetzt bei den Fireflies und, äh, wir wissen mittlerweile, Fedra und Firefly, das sind so die zwei großen menschlichen Institutionen und die einen bekämpfen die anderen und das findet Ellie irgendwie nicht so geil, dass sie ihre beste Freundin jetzt bei, äh, den Fireflies ist. Gleichzeitig merkt man aber auch, dass Ellie jetzt auch nicht so der größte Fedra-Fan ist. Es ist so ein bisschen so, du musst dir halt einen des der beiden Übels aussuchen, ne? Pest oder Cholera auf jeden Fall, ja. Ja. Und, ähm, vielleicht nochmal kurz zu Storm Reid, ja, die spielt bei Missing Rid, da kann man die kennen, ich hab da auch Bock, das will ich mir noch angucken, ich fand den quasi ersten Teil der Reihe, äh, fand schon sehr gut, deswegen freue ich mich auch auf den Missing. Aber woher kennt man Storm Reid noch? Die kenne ich sonst nur so von Instagram auftreten, hat die sonst noch irgendwas gemacht? Ähm, ich, ja, sie spielte beim James Gunn der Suicide Squad, die Tochter von Bloodshot, also Idris Elba, sie war dann noch bei dieser Serie Euphoria dabei und war auch noch, äh, neben Elisabeth Moss in Der Unsichtbare mit drin. Ah ja, okay. Das ist doch erstaunlich. Ja, die hat schon einiges auf der, ja, die hat schon einiges in ihrer Filmvita stehen, das stimmt schon, äh, und, ja. Ja. Auch da mal Vergleich zum Comic und das kann man vielleicht auch schon mal als Zwischenfazit sagen, der Comic ist letztlich ein Remix aus dem, was wir hier in der Serie sehen, also ganz viele Punkte in anderen Art und Weisen, passieren auch so im Comic, aber halt doch irgendwie ein bisschen anders, was im Detail, da werden wir noch drauf kommen. Hier ist zum Beispiel so, dass Riley noch an der Schule ist und die gemeinsam nachts ausbrechen und Riley während dieses Ausbruchs erst zu den Fireflies möchte. Ja. Hm. Also ich hatte das Comic ja auch mal in der Hand vor ein paar Wochen, ich hab's aber nicht gelesen, ähm, das muss ich zu meiner Schande gestehen, äh, aber ich werd mal schauen, vielleicht kann ich's mir irgendwoher organisieren, ähm, denn vielleicht gefällt es mir ja besser als die Folge, aber dazu dann später mehr. Ähm, Riley gelingt es dann, Ellie relativ schnell zu überzeugen, lass mal weggehen, ähm, und dann wird erstmal rausgeklettert und ich wundere mich nicht nur bei der Serie, so ganz oft ist es so, ja lass uns mal bitte rausklettern und, äh, aufpassen, aber die sind aber immer so laut, hab ich das Gefühl, also auch mit dieser Leiter, das ist alles andere als, als still und heimlich und sie werden ja auch fast entdeckt, können sich aber noch in der dunklen Ecke, äh, retten, als dann eines dieser, ich sag mal, äh, Paterienfahrzeuge vorbeiläuft, ähm, und dann bekommen wir auch noch kurz eine Erklärung, woher Ellie diese Narbe an der Augenbraue hat, äh, also alles so, sag mal, so Mini-Lore, ähm, und dann geht's auch schon schnell weiter, ähm, in einer Art Treppenhaus, äh, wo dann erstmal gesagt wird, wir müssen zwei Stockwerke rauf, sind aber doch sieben, also zehn. Also zehn, äh, also zehn. Und dann gibt es so, so einen kleinen Jumpscare-Versuch, würde ich sagen, denn der Tote bricht dann durch und, ja, ist dann plötzlich weg. Zwei Sachen dazu. Also zum einen, als dann der Tote da so liegt, ne, das war das erste, was ich mir gedacht hab, so, ey, der steht doch gleich auf und ist ein Pilzmann. Das war das erste, was ich mir gedacht hab, der ist doch bestimmt so, ähnlich wie bei den Zombies bei The Walking Dead oder so, man ist nicht so richtig tot, man wird zum Zombie. Damit hab ich hier gerechnet und das ist nicht das erste Mal in der Folge, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass gleich irgendwas Schlimmes passiert und bis auf diesen Jumpscare, der ist da eigentlich nichts Schlimmes passiert in dem Fall. Also fand ich ein bisschen überraschend und dann dieser Jumpscare, also er bricht durch den Boden, äh, ich, ich find das eine klare Referenz auf die erste Folge The Breaking Bad. Ja, 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 er kommt aber, glaub ich, heile oder vollständiger unten an als die Leiche von The Breaking Bad. Ja, wahrscheinlich, ja. Ne, fand ich, also, ich, ich fand's irgendwie ganz schön, weil ich das Gefühl hatte, dass Riley und Ellie zwar, also noch nicht so richtig wissen, wie sie darauf reagieren sollen, wenn sich ja jemand halt selbst umgebracht hat, ja. Ja, ähm, das fand ich ganz schön, weil sie tun ja durchaus, äh, immer sehr hart und nach dem Motto, wir haben schon alles gesehen und erlebt und wahrscheinlich haben sie auch sehr viel erlebt schon, ähm, aber trotz allem bricht so dieses Kindliche, dieses Teenagerhafte immer noch wieder raus und das sehen wir dann auch in der nächsten Szene, wenn sie auf dem Dach sind und dann diesen Schnaps halt trinken und man merkt sehr deutlich, Schnaps ist nicht ganz so ihre Welt, ne? Aber die sind cool, also sie trinken das und sie, die, die, die schütteln sich nicht richtig und sie zieht es schon durch, also sie behalten zumindest ihre Maske auf, ihre Coolness-Maske, äh, finde ich schon irgendwie nett, also die, die machen diese Erfahrung halt gerade gemeinsam und, ähm, sind halt einfach beste Freundinnen irgendwie auch, ne? Ja, ich finde, das sind so Sachen, ich meine, ähnliches habe ich in dem Alter auch erlebt, vielleicht nicht unbedingt auf einem Dach, aber schon mit Alkohol. Ähm, was dann auch noch ganz schön ist, ist, dass, ähm, Ellie dann, Riley fragt, ob das gerade eben ihre erste Leiche war und Riley so wirklich ohne eine Miene zu verziehen sagt so, nee, nee, meine Eltern, weißt du doch, ähm, was dann wieder auch wieder aufzeigt, in welcher Welt sie halt leben, dass es eben relativ normal ist, dass man eben auch Leichen von geliebten Menschen halt schon gesehen hat und dann gibt es etwas, was wir jetzt auch in den letzten sechs Folgen mal wieder gesehen haben, nämlich, Ellies Fasten ja Zonen für Schusswaffen, denn Riley hat eine Pistole und Ellie will diese unbedingt mal anfassen und es dauert nicht lange und Riley gibt nach, ähm, finde ich irgendwie ganz nett, dass sie daran gedacht haben, weil, äh, mir ist es also wirklich aufgefallen, dass gerade in den ersten paar Folgen Ellie ja wirklich fast schon einen kleinen Schusswaffen-Fetisch, würde ich mal übertrieben gesagt ausdrücken sagen. Ja, ich hätte fast aber schon eher damit gerechnet, dass sie durchaus schon Schusstraining hatte, also ich weiß natürlich nicht, wie lange sie jetzt zu dem Zeitpunkt schon bei der Fedra ist und so, aber vermutlich schon ein bisschen, ja, weil irgendwas muss man da ja machen, also, äh, denke ich schon, und dass da durchaus schon mal Schusstraining hätte stattfinden können, hätte ich jetzt eher so erwartet in dem Fall, ähm, ja. Aber es ist halt einfach, es zählt einfach in die Reihe rein von Dingen, die sie jetzt an dem Abend gemeinsam erleben werden und diese halt so teilen als Erfahrung und so und es soll halt letztlich einfach dafür sorgen, dass unser Verständnis für die Beziehung dabei zueinander, äh, diese Freundschaft, dass wir die halt ansatzweise nachvollziehen können. Und dafür sind diese ganzen Gespräche da auf dem Dach und, ja, dieses ganze Rumgeblöde letztlich auch, dafür ist das da. Hm, ja. Äh, was jetzt kommt, ist auch nochmal wieder ganz schön, da kommen wir jetzt wieder zur Thematik zurück, so, was ist jetzt schlimmer oder was ist besser, Fireflies oder Fedra? Ähm, da merkt man halt eben schon, dass Riley ganz klar Team Firefly ist, während Ellie halt irgendwie nicht so drum rumkommt zu sagen, ja, ich bin aber mehr Team Fedra. Äh, und letztlich ist es halt so, man merkt so als Außenstehender, ich glaube im Prinzip sind es beide Parteien schon irgendwie scheiße auf ihre Art und Weise, oder? Ja, ich wüsste auch nicht so genau, wem ich mich anschließen würde. Wahrscheinlich wäre ich einfach beim dritten, halt bei dem Volk irgendwie Teil vom anonymen Volk halt. Ich müsste jemanden kaputt ballern und ich könnte bei einer eigenen vier Wände und so. Ja, ich weiß nicht, also, hm, Pest und Cholera. Bleibt dann lieber draußen beim Tele-Stammtisch, den könnt ihr auch übrigens bei Apple Podcasts oder Spotify positiv bewerten, warum, weil wir was verdient haben. Weil es könnt. Ja. Ich bin mir gerade unsicher, wer von den beiden es sagt, aber es kommt dieses schöne Wort Propaganda-Bullshit, glaube ich, über die Lippen. Ich glaube, damit wechselt sich, das sind die jeweiligen, es geht um eine Situation, es geht, glaube ich, um die, ähm, äh, um die Frage, wer, warum wen angreift und vielleicht nicht angreifen sollte. Und da wird der Zaun sich gegenseitig an den Kopf mit der Propaganda. Und bei der Art Außenstehende entdeckt man sich nur, Kinder, ihr habt leider, ihr steht leider beide auf der falschen Seite, glaube ich. Ja. Also, die rennen da ja über diese, über diese Dächer, ne, also, die springen halt drüber im Dunkeln und so und, ähm, ist ganz cool auch, wenn man halt, wie wir, dann halt auch vorab diese Screener hatte und sieht dann mal die Unterschiede, was dann nachträglich nochmal gemacht wurde, damit das jetzt so aussieht, wie es eben aussieht. Ähm, keine Ahnung, beispielsweise hatten wir in einer kurzen Szene, hatte ich das dann, dass man die Kamera zum Beispiel noch gesehen hat, ähm, die hinterher gerannt ist. Und die haben jetzt hier in der Version einfach näher ran gesoomt, sodass du halt den Kameramann nicht noch mit ins Bild reinlaufen siehst oder sowas. Und diese komplette Skybox im Hintergrund, also das Dunkle, das Schwarz, das war auch während der Aufnahme so nicht drin, ist nachträglich passiert. Und das ist für mich so, als, als Laie ist es absolut interessant mal zu sehen, dass die Übergänge zwischen Vorder und Hintergrund eben jetzt deutlich natürlicher und realistischer aussehen als eben noch bei diesen Vorab-Screenern, die halt wirklich, ähm, da gab's einfach wie so einen Licht, Lichtübergang, der nicht so richtig gepasst hat und so. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ähm, diese, diese Szene auf diesem Dach, äh, mit dem Meneggespringer, die ist genauso in der Form auch im Comic wieder drin. Und das werde ich, wie gesagt, nicht zum, zum letzten Mal sagen und so, aber so insgesamt trübt es doch ein bisschen sehr den Eindruck der schreiberischen Qualitäten von Neil Druckmann. Also entweder hat er richtig Bock gehabt, genau das jetzt noch mit einzubauen, weil er darin irgendwas sieht, was er in allen drei Interpretationen, also Comic, DLC und TV-Serie sehen wollte. Oder aber ihm ist nix besseres eingefallen und das ist vermutlich fast schon. Da sind so viele Sachen drin, die hat er eins zu eins übernommen, die waren unnötig, die hat er quasi doppelt und dreifach erzählt. Ja, oder aber, wie gesagt, er hat sie ja zu anderen Sachen halt dann geremixt, auf die wir gleich noch kommen werden. Finde ich ein bisschen schade. Was nicht schade ist, dass wir jetzt endlich den heimlichen oder den eigentlichen Hauptdarsteller sehen, nämlich Manfred Mall als Einkaufszentrum. Das wurde angeblich versiegelt, weil da irgendwie nur Infizite drin sind, aber diese Versiegelung fand nie statt, wie dann Riley erzählt. Und sie schleicht sich mit Ellie halt rein und sie aktivieren halt den Stromkreislauf, der wohl intakt ist und dann gehört ihnen wirklich die gesamte Mall. Und das ist im Spiel, also im DLC schon eine sehr schöne Szene, das ist auch hier eine sehr schöne Szene. Was mich aber stutzig gemacht hat, ist, dass diese Anfangsbegegnung, sag ich mal, mit Manfred Mall unterlegt wird eben von Aha, Take On Me. Und wir wissen ja aus der allerersten Folge, dass mit 80er Jahre Musik gewarnt wird vor Gefahren. Weswegen mir immer schon klar war irgendwie, okay, ich wusste es ab welches Stil, das Ziel gespielt hat, aber ich wusste auch durch diesen Code, diesen musikalischen Code, es wird, glaube ich, übel enden. Ja, damit rechne ich die ganze Zeit und ob das so überhaupt kommt und wie es kommt, darüber sprechen wir bestimmt gleich nochmal. Aber, dass da was passieren wird, ist ja klar und wir wissen auch, dass Ellie zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben ja mal gebissen worden sein muss und so. Und wir wissen auch, dass Riley zu Beginn der Serie, die er später spielt, auch nicht mehr da ist, das wissen wir ja alles schon. Muss aber sagen, dass ich zum Beispiel ganz toll finde, wie die, unsere Ellie reagiert, ja, also zum einen, wenn sie reinkommt in das Kaufhaus oder erstmal durch diese ganzen Lichter angehen, die findet das schon großartig. Die hat in ihrem Leben noch nie ein Kaufhaus von innen gesehen, weil die ja nach der Apokalypse erst geboren ist und das ist schon faszinierend, also es sieht wirklich toll aus, die Schauspielerin freut sich ja auch scheinbar tierischen Ast ab und ich muss sagen, das war, glaube ich, so, also das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Das hat mir, man sieht da ein gewisses Strahlen in ihren Augen, als diese Lichter angehen, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Was ich mich aber trotzdem fragen muss, ist, wenn die Fedra da jetzt gerade damit beschäftigt ist, die ganzen Blocks von der Stadt Stück für Stück wieder mit Strom zu versorgen und dann kommt da plötzlich so eine Riley und schließt mal eben so ein riesen Einkaufszentrum mal wieder an, da muss doch irgendwo ein Ausschlag hochgehen, das ist doch ein enormer Stromverbrauch. Also einfach mal so anmachen, also irgendwo ist da der Strombedarf akkurat krass gestiegen und das muss irgendwem auffallen, auch dass das nicht nach draußen leuchten soll in irgendeiner Form, also das müsste ich mir schon sehr schön reden, dass das draußen jemandem ausfällt. Ja, ich glaube auch, wenn halt die Fedra auch wirklich halt weiß, dass dieses, dass diese Maul nicht wirklich abgeregelt ist, dann hätte man die ja auch irgendwie nutzen können. Da gibt es ja genügend Sachen, die noch irgendwie wertvoll sind, aber gut, das gebe ich der Serie wie auch dem Spiel. Ich muss auch sagen, ich glaube, meine Lieblingsszene der ganzen Folge war auch die, in der Ellie das erste Mal Rolltreppe fährt. Ja. Das fand ich schon wirklich schön. Das war wirklich, also im besten Sinne süß und ich habe es dieser, der Schauspielerin Bella Ramsey auch echt abgenommen und habe mich auch für sie gefreut und wie sie da so tapsig auf diese Rolltreppe unterwegs war und wie sie fast runtergefallen ist. Und was aber auch schön ist, wie Riley agiert, also sie agiert halt so ein bisschen auch wie die große Schwester, weil sie das alles schon mal, die kennt das ja und ich hatte auch das Gefühl, dass Riley auch einen gewissen Stolz vor sich her trägt, weil sie das alles schon kennt. Ja, du hattest es ja gerade erwähnt, dass die Fedra eigentlich das Ding quasi beschützen müsste, weil da bestimmt noch was drin ist, was für die Leute interessant sein könnte. Es wird ja gesagt, dass es genau andersrum ist. Riley ist ja vermutlich dort drin als Neueinsteigerin bei den Fireflies, um eben für die Fireflies das Ding quasi zu beschützen und darauf aufzupassen. Ist ja genau andersrum in dem Fall. Ja, ich finde es halt einfach nur komisch, dass so ein großes und wahrscheinlich auch wichtiges Gebäude so leer steht, obwohl es für keinen Grund gibt, weil du brauchst halt eh immer Domizile gerade in der Postapokalypse und da hast du halt einfach, ob du jetzt da... ein Gefängnis draus machst, eine Arztpraxis oder einen Kindergarten, da haben wir dahingestellt, aber es ist schon irgendwie seltsam, dass dieses große Gebäude dann irgendwie leer steht und wie du auch schon gesagt hast, dann irgendwie, wenn da nachts der Strom angeht, das müsstest du eigentlich merken, aber das ist jetzt Korittenkackerei auch ein bisschen, also von daher, lass gut sein. Was ich ganz schön finde, ist dann, was dann passiert, nämlich dieses Gespräch zwischen Riley und Ellie, wo dann Riley halt ihr erklärt, ja, als die Postapokalypse losgingen, dann haben die Leute hier eben geplündert und es ist sehr interessant, was sie dann rausfinden, nämlich die Leute haben halt Turnschuhe geplündert, aber keine Seife. Und ich finde, doch, das kann ich mir vorstellen, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die Leute dann irgendwie bei Douglas Foodlooker oder H&M da alles rausreißen, aber ich glaube, beim Bodyshop die Seife bleibt erst monangetastet. Hashtag Toilettenpapier, sag ich mal. Das ist halt schon die Leute. Ich bin auch nicht überrascht, wenn die Fernseher auch alle weg gewesen wären zu dem Zeitpunkt. Ja, wenn ich schon als Pilz sterbe, dann wenigstens mit 4K-Fernseher. Aber was ich wirklich faszinierend finde und leider bleibt das auch alles so ein bisschen liegen, das geht ein bisschen einher mit dieser Rolltreppenszene auch, dass die ja, die sind ja Kinder der Apokalypse. Die haben so viel nicht mitgekriegt. Und ich glaube, im Comic ist es, wo dann irgendwann auch gesagt wird, wow, wie schön die Kinder es damals hatten, über was für wenig Dinge, die sich Gedanken machen mussten. Das kennt unsere Riley ja alle, kennt Riley und unsere Ellie ja auch gar nicht. Und ich finde, das bleibt insgesamt noch ein bisschen liegen so, dass man immer mal wieder erwähnt, okay, die haben so ganz viele Sachen, die jetzt für uns mehr oder weniger alltäglich und selbstverständlich werden, noch nie gesehen und erlebt. Und wirklich diese Rolltreppenszene ja zum Beispiel, ich meine, ich kenne das von meinen Kids, wenn so ein kleines Kind erstmalig auf so einer Rolltreppe steht, das ist eine Mischung aus einer Angstsituation für alle Beteiligten und wahnsinnig faszinierend und cool. Und das hat Riley halt jetzt hier mit 14, 16, keine Ahnung, Riley sag ich immer, Ellie, mit 14, 16 und das ist schon cool. Ich finde, da hätten noch viele mehr kommen können. Ja, stimmt schon, aber wir bekommen jetzt zumindest noch eine schöne Szene mit dem Karussell, was jetzt kommt. Das haben sie auch relativ adäquat übernommen aus dem DLC und das ist eine optisch unglaublich starke Szene, wie ich finde. Ja. Ich frage mich aber nur folgendes, du weißt, dass diese Infizierten auf Geräusche achten. Ja. Und selbst, wenn du jetzt schon drei, vier Mal in dieser Gegend warst und hast keinen Infizierten getroffen, würde ich trotzdem so leise sein wie möglich. Ich glaube einfach, dass du, also ich wäre einfach ein Schisshase. Es wundert mich halt wirklich schon im Verlauf der ganzen Staffel, wie teilweise rigoros die dadurch Areale watscheln, ohne halt drauf zu achten, was um sie herum so wirklich losgeht. Ja. Bei den Spielen hast du halt immer diese, diese, diese Zonen, da sind diese Sporen, die gibt es ja in der Serie nicht. Und in diesen Sporenzonen weißt du, okay, du musst die Gasmaske aufsetzen und es könnte wirklich sein, hinter jeder Ecke könnte irgendwas lauern, ja. Das haben sie jetzt in der Serie nicht, aber sie haben halt in der ersten oder zweiten Folge halt etabliert, dass es halt dieses Pilzgeflecht gibt. Und wenn du irgendwo falsch drauf trittst, wacht irgendwo in der anderen Ecke ein Plizierter auf. Und ich finde es so schade, dass sie das nicht nutzen. Und gerade diese Episode wäre doch toll gewesen dafür. Da hätte man so viele schöne Spannungsmomente oder Szenen aufbauen können. Und eins sage ich direkt, finde ich, haben sie hier nicht gemacht. Also ich, für mich war die spannendste Szene, Szene, Effekt, wenn der Selbstmörder da durch den Boden bricht. Ja. Wie ist es dir gegangen? Absolut genauso. Also gerade bei der Erstsichtung hatte ich natürlich schon hin und wieder das Gefühl, oh, da ist jetzt krass. Ja, also der Typ, der durch die Decke bricht. Oder wir sehen dann jetzt auch gleich tatsächlich, es gibt ja einen so einen Pilz-Dude in diesem Graufhaus und so. Das sehen wir dann schon, aber der spielt dann auch eine ganze Zeit lang keine Rolle. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie machen die das bitte jetzt im Videospiel? Ist das in irgendeiner Form spannender? Und da muss da auch mal eine Action-Szene drin sein und so. Und das kann ja nicht alles nur Point-and-Click-Adventure mit Dialog sein. Ähm, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, wie machen die das eigentlich? Und, ähm, ja, das ganze Lausstecke-Ding, ich meine, auch wir treten auf irgendwelche anderen Pilze und dann wissen, dass wiederum Pilzemenschen hunderte Kilometer entfernt, dass da jetzt da lebendes Volk ist und so. Das, 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 das wurde einmal kurz erwähnt, dass sie so eine Weiterleitungsmöglichkeit irgendwie haben, so eine Art Telefon-Netzwerk, keine Ahnung. Und, ähm, dass das, dass das alles keine Rolle mehr spielen soll. Also, sorry, das ist schon, das sind wahnsinnig viel von der Bedrohung auch insgesamt raus, da stimme ich dir schon zu, will ich auch keine Angst haben vor Lautstärke und was nicht alles und so. Ja, und, ähm, jetzt gut, jetzt wissen wir effektiv, da ist nur einer von diesen, ich sage mal Pilzmenschen, aber das heißt, wie heißen die eigentlich? Weißt du das? Äh, das kommt darauf an, also, es gibt, äh, Runner, das sind halt die, die ganz schnell laufen, dann gibt es die Klicker, das sind die, die diese, diese Klingonenwulst durch das Ganze gezogen haben, das heißt, die können nichts mehr sehen. Ähm, und dann gibt es noch Bloater, das sind die, diese Riesenviecher, die dann, äh, hier, äh, den einen Typen den Kopf abgerissen haben bei der Episode mit Henry und Sam. Dann wird das hier wohl am ersten ein Runner sein in der Folge. Ja, genau. Und dann muss man schon sagen, okay, Riley hat ja vermutlich, also schon einige Stunden, wenn ich gerade Tage da drin verbracht, und hat vermutlich schon grob das Ding einmal durchgecheckt. Und da hat sie halt nichts gefunden. Vermutlich ist sie aus genau dem Grund deswegen nicht ganz so besorgt, was Lautstärke angeht. Ähm, das wäre der einzige Ansatz, den ich hätte, um es mir zu erklären. Und was ich noch, weil ich da irgendwie so einen Blick für habe, kurz nochmal einwerfen möchte, ist für uns das zweite Mal, dass wir hier ein Kinoreferenz haben. Also bei meiner letzten Besprechung, als ich dabei war, haben wir irgendwas gesehen von einem Film, der tatsächlich damals 2002, 2003 rauskam. Und jetzt haben wir mehrfach auch relativ nah ein Video, äh, Quatsch, ein Video nennen, ein Poster von einem Film, den es vermutlich nicht gab, aber der eine Anspielung ist. Und zwar nennt der Film sich Dawn of the Wolf Part 2. Genau, und, äh, das haben sie auch aus dem Spiel übernommen. Ach ja. Also es ist wirklich so, wenn du, also wenn du das Spiel anfängst, dann spielst du dir das nach, wie Joel seine Tochter verliert. Und auch da gibt es Szenen, wo du an Kinos vorbeiläufst und da läuft Dawn of the Wolf 2. Das ist die Twilight, ne? So eine Referenz. Ich glaube schon. Ich glaube, vielleicht wollt ihr damit so ein bisschen die Zombie-Fans ein bisschen trollen. Von wegen, guckt mal hier, wir machen jetzt hier Twilight und Zombies. Kann doch sein, ja. Ja, okay, also Pferden, also auch noch mal wieder kurz, ich, einfach, ich meine, wir haben ja viel Zeit hier, ne? Also gerade der Vergleich auch zum, ähm, zum Karussell, den gibt's ausnahmsweise im Comic mal nicht. Aber irgendwie schon, weil, ähm, also wir sitzen ja auf, die sitzen ja nicht auf irgendeinem Karussell, die sitzen ja auf so einem Pferdekarussell. Und halt dich fest, es gibt in dem Kaufhaus im Comic, gibt's einen Typen, der hat da ein riesen Zelt aufgebaut und der hat ein Pferd. Und dieses Pferd darf Ellie halt mal streicheln. Dazu wird sie von dem Typen irgendwie, keine Ahnung, auf dem Hinterhof von der Mall geführt und darf dann halt mal auf dieses Pferd erstreicheln und halt ein typisches Mädchen sein und so. Und das ist auch ganz nett. Und ich sag mal so, das macht die Riley ganz schlau, weil die schickt Ellie und den Typen, der dieses Pferd hat und das Zelt hat, mal eben kurz raus, damit sich Riley ein bisschen genauer an dessen Zelt umgucken kann. Hm. Hm. Okay. Ja, und der Typ ist der, letztlich ist wieder ein älterer Mann, ähm, das ist so ein bisschen derjenige, weil der trinkt auch gern ein, der trinkt ja auch Schnaps, der kriegt auch Schnaps mitgebracht hier in die, äh, in die Mall von Riley. Und das ist wiederum so ein bisschen das, was wir auch gesehen haben bei dem Typen, der sich totgesoffen hat und halt dann schon tot ist irgendwie, ne. Ah, okay. Es ist anders, anders interpretiert, es ist ein Pferd drin, ja, es ist ein alter Mann mit Alkohol drin, ja, aber alles anders. Ich glaube auch tatsächlich, dass der, einer der größten Killer neben Fireflies, Fedra und Pilzen tatsächlich Alkohol ist in dieser Welt, weil du kannst Alkohol, sag ich mal, einigermaßen schnell selbst herstellen mit irgendwelchen, äh, Selbstgebrannten, äh, und ich glaube auch, dass es einfach ist, dir irgendwelche Pillen zu organisieren, die du irgendwo findest. Ich glaube wirklich, dass die Selbstmordrate in der Postabkalypse sehr hoch ist. Vermutlich, ja, vermutlich. Hm. Gut. Kommen wir wieder zurück zu unserem Karussell, was, äh, angehalten hat und das nutzen die beiden Mädels, um noch ein bisschen zu reden und Riley will halt, dass Ellie zur Fedra kommt und Ellie hat darauf aber nicht so richtig Bock. Und dann erfahren wir auch, warum Riley denn sich entschieden hat, zur Fedra zu gehen. Nicht aus irgendeiner politischen Überzeugung, sondern weil Riley jetzt bald 17 Jahre alt ist und anscheinend ist es so, bei der Fedra, wenn man 17 Jahre alt ist, bekommt man seinen Posten zugewiesen. Ja, und, ja, und, ja, Riley hat wortwörtlich einen Scheißjob bekommen, die sollen nämlich Wache schieben in der Kanalisation. Und da hätte ich dann auch keinen Bock und wäre, glaube ich, eher dann zu den Fireflies gegangen. Vor allem, die haben so schöne Anhänger. Ja, ist interessant, ne, wer da welche Aufgaben und wie bekommt. Also, so richtig habe ich das System noch nicht verstanden. Ich dachte, die laufen halt rum und schieben quasi nur Wache. Aber ist wohl dann doch eine ganze Menge mehr, vielleicht auch gar nicht, wo man Wache schieben muss. Müssen die, also, weil wir haben ja Joel schon gesehen, der dann bei so einer Verteilerstelle für Jobs dann auch irgendwie sowas gekriegt hat. Muss die Fedra das Volk beim Arbeiten irgendwie bewachen oder so? Gibt es da Notwendigkeiten? Ich glaube, ich glaube schon. Also, Joel ist ja Schwarzhändler und Schmuggler. Das wird, glaube ich, nicht so gerne gesehen. Und natürlich muss man auch auf die Leute aufpassen, weil man weiß halt nicht, was, nicht, dass irgendwie ein Pilzmensch dann irgendwie dann ankommt. Und dann wird einer gebissen und dann hat man den Salat, ne. Ich glaube schon, dass Überwachung sehr wichtig ist. Zum einen natürlich, um den Schwarzhandel zu kontrollieren. Denn ich glaube, die Fedra weiß genau, wenn man die Nahrungsmittel kontrolliert, kontrolliert man die Menschen. Und wenn die sich halt selbst was beschaffen, ist das eher ungünstig für die Machtposition, die sie halt innehaben. Und natürlich, man muss aufpassen, weil dieser Pilz ist halt einfach, ja, nicht so schnell aufzuhalten. Muss ja nur einer irgendwie gebissen werden und dann geht er dann zurück nach Hause und dann hast du einen Salat. Ja, wahrscheinlich ist das ein bisschen zum Schutz der Leute. Gar nicht mal, um sie zu bewachen, sondern einfach, um sie zu schützen. Ja, wahrscheinlich ist das schon, wird das der Hintergrund sein, ja. Naja, und wir gucken, keine Ahnung, wir werden nie rauskriegen, was auch so Riley geworden wäre. Ach, ich sag mal Riley, was aus Ellie geworden wäre, welchen Job die gekriegt hätte. Ja, ich glaube tatsächlich, Ellie hätte sich nicht unterkriegen lassen. Ich habe das Gefühl, die wäre eine Offizierin geworden, irgendwie. Ich möchte übrigens an der Stelle auf jeden Fall auch mal ein dickes Kompliment machen an die Produzenten der Serie. Eine Sache, die mir wirklich gut gefällt. Und zwar, dass es keine Sexualisierung von Ellie gibt. Wir haben ja hier eine Szene, wo sie an diesem Dessous-Shop vorbeikommen. Da sehen wir sie auch sich mal drin spiegeln. Und wahrscheinlich stellt sie sich für den Moment kurz vor, wie es wäre, wenn sie diese Dessous an hätte. Aber das wird nicht so konkret gezeigt und so. Und auch zu späteren, also generell, ich meine, die, wir haben auch noch andere, also wir haben ja schon auch andere Folgen gesehen. Und sagen wir mal, das Sexualisierung spielt durchaus eine Rolle. Aber insgesamt finde ich, es ist ihr sehr gut geglückt, ihr eben mal nicht so diese eine sexy Szene zu geben, wo sie mal so baufrei durchs Bild laufen muss oder so. Zumindest nicht, soweit ich das beurteilen kann. Und das finde ich wirklich, finde ich ganz toll. Denn man muss nicht jede weibliche Figur in Serien sexualisieren. Das hat mir auch schon bei Wednesday ganz gut gefallen, dass die eigentlich auch einfach nur eine junge Frau sein durfte, ohne, dass man da jetzt halt nochmal die nochmal, keine Ahnung, wie gesagt, halt sexy präsentiert. Und auch hier bei unserer Ellie funktioniert das bis zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut. Das möchte ich ausdrücklich mal erwähnen, dass ich das toll finde. Ich fand diese Szene auch irgendwie ganz schön, wenn sie da sich so spiegelt. Und man sieht halt dieses Dessous und man merkt halt wirklich, wie sie sich so selbst fragt. Irgendwie findet sie das schön? Also ihre Körpersprache hat das für mich ausgedrückt. Sie finden das ganz schön und ist aber noch trotzdem etwas, was ja noch unbekannt ist. Was ja auch wieder deutlich macht, dass sie noch am Anfang ihres sexuellen Lebens ist. Ich glaube, also ich habe zumindest rausgefuttert, nicht jetzt falsch, aber auch das Gefühl, dass es schon so ein bisschen zwischen ihr und Riley auch knistert. Und das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, wenn man sagt, oder wenn man sich verrate, Ellie ist halt lesbisch. Also zumindest in den Spielen ist sie ganz klar lesbisch. Kommen wir mal zur Fotobox. Eine Zeitmaschine verkleidet als Fotobox, wo es auch eine sehr schöne Szene gibt, wo die beiden halt so Fotos machen. Auch übernommen übrigens vom DLC. Ist auch eine sehr schöne Szene. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt aber eben schon gefragt, ganz ehrlich, ich brauche, so schön diese Szene ist, mir wäre halt lieber, wenn jetzt sie ein bisschen Spannung reinbringen würden mittlerweile. Ja, das stimmt. Also da merkte ich so bei mir, so schön das alles ist und so gut das alles aussieht und so toll das gespielt ist, aber es ist mir geradezu wenig, was mir geboten wird. Bei der Erstsicherung ist mir das alles so nicht aufgefallen. Und bis auf dieses in meinem Hinterkopf ein bisschen mitschwellende, ja, Angstszenario, dass da jetzt ja gleich irgendwie so ein Runner kommen könnte. Also ja, aber im Nachhinein stimme ich dir wirklich zu. Also die ganze Bedrohungssituation ist irgendwie nur noch halb so bedrohlich. Und man, ich frage mich halt wirklich, was Sinn und Zweck dieser Szenen ist. Ja, okay, wir sollen die Beziehung der beiden nachvollziehen können. Die freundschaftliche Beziehung auch allein schon, ja. Und dass sie irgendwas verbindet und so. Aber, und das ist auch schon, das werde ich später beim Fazit nochmal sagen, so ein bisschen krankt die Serie halt daran, dass sie verschiedene Stationen abarbeitet. Und ich sag mal so, am Ende der Station ist wie am Anfang der Station. Das heißt also, uns liebgewonnene neue Charaktere brauchen wir eigentlich gerade gar nicht mal länger weiter in Erinnerung behalten. Und auch das ist hier so, wofür denn dann eigentlich? Ich meine, damit ich wieder eine Figur habe, um die ich trauern kann, das habe ich doch bei Henry und was er wieder, der Typ beim letzten Mal hieß, auch schon gehabt und so. Irgendwann ist auch mal gut und ich stimme dir völlig zu, ich glaube eine Action-geladene Spannungsszene wäre hier gut gewesen. Ja, also das DLC, da gibt es eben auch bis zum Schluss in dieser Episode auch wenig Action oder wenig Spannung, aber das wird halt immer wieder dadurch gebrochen, dass es halt immer zurückspringt zum verletzten Joel und dass Ellie halt da eben Angreifer sich erwehren muss. Das lockert die ganze Sache eben auf. Aber ich glaube, das hätte dieser Völker auch gut getan oder aber eben man hätte, wie soll ich sagen, halt ein paar mehr Spannungsszenen reingebracht. Und die Folge geht halt nur 53 Minuten. Ich fand sie aber deswegen, weil ich ja oft da saß und mich ja nicht gelangweilt habe, aber immer so ein bisschen vergrätzt war, weil ich dachte, ihr habt eben so viel grandioses Potenzial, aber ihr nutzt es einfach nicht. Und das ist halt einfach sehr, sehr schade. Aber weißt du was? Lass uns ein bisschen Arcade-Automaten spielen. Ab in die Arcade, ab in die Spielhölle. Ich habe jetzt letztlich tatsächlich mal Mortal Kombat gespielt. Das ist ja gar nicht so scheiße. Macht ja schon Spaß. Auf der Switch und ich sage mal so, also ich könnte verstehen, warum die Mädels da Bock dran hatten. Bock drauf hatten. Ja, wobei im Spiel ist es anders gelöst, weil da sind die Automaten alle kaputt. Da stellen sie sich den Kampf nur vor. Das ist ganz schön gemacht im Spiel. Und hier haben sie es einfach drauf, ja, haben sie die einfachste Lösung. Sie spielen halt wirklich Mortal Kombat 2. Und Riley gewinnt, spielt übrigens mit Melina und hat deutlich schon geprobt oder geübt, weil sie keinen Finishing-Move. Ich habe mich auch gefragt, aber woher kennt sie den? Weil der steht normalerweise nirgendwo. Den muss man wirklich mit hartem Training sich erarbeiten. Andererseits erfahren wir ja auch, dass sie in der letzten Nacht schon mal hier war und irgendwie diesen Münze-Automaten aufgebrochen hat. Auch da wäre die Frage, war der Bezid denn noch nicht da? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Münze-Automaten aufbrechen eine Stunde lang, dass das so leise vonstatten geht. Definitiv, aber die war schon mehrere Tage da drin. Das wissen wir auch. Ich meine, zum späteren Zeitpunkt sehen wir ja auch ihr Lager. Die hat dann da schon so Bomben gebaut und so. Die ist da schon zwei, drei, vier Tage drin in dem Ding. Also, kann sein, dass sie erst am Tag davor sich dann konkret entschieden hat, wie sie den Abend mit Elli gestalten möchte und dann das Ding aufgebrochen und so. Und ja, da stimme ich dir zu, was ist eigentlich die ganze Zeit mit diesem Infizierten? Denn der liegt da schon so ein bisschen. Den hat sie halt einfach noch nicht entdeckt und Glück gehabt, dass sie noch nicht gebissen wurde. Aber ja, das ist alles ein bisschen schräg. Diese komplette Geschichte mit diesen Gaming-Automaten, da gibt es dir im Comic exakt zwei Panels zu. Das ist wirklich, du siehst, die gehen, gehen die rein? Die gehen nicht mal richtig rein. Nee, überhaupt nicht. Die laufen dran vorbei. Doch, die sind kurz drin, unterhalten sich ein bisschen. Sie bildet sich dann ein, dass das Ding belebt wäre und sieht dann übrigens auch in einem weiteren Panel, das werden Henry und sein Bruder sein. Die, von der sich vorstellt, dass sie dort am Automaten stehen und zocken. Das ist ganz nett. Ja, aber ansonsten spielt das ja keine größere Rolle im Comic. Jetzt kommt etwas, wo ich wirklich kurz da saß, als ich gesehen habe, dachte ich, ja, endlich. Nämlich eine Kamerafahrt, die uns zeigt, dass da irgendwo in der Mall noch etwas lauert. Nämlich der Infizierte, du hast es schon gesagt, da ist ein Pilzmensch, der erwacht, weil er etwas hört. Und da dachte ich so, okay, jetzt wird es interessant. Jetzt kommt mal so eine Bedrohungssituation. Ja, dann sehen wir aber, wie Ellie und Riley halt durch die Mall gehen und dann zu Rileys Versteck in so einer Nacho-Macho-Bar, heißt das, geht. Und dann gibt es, neben ein paar neuen Punts oder Witzen aus dem neuen Witzebuch, gibt es ... Oh, warte mal, einen Witz habe ich mal aufgeschrieben. Den fand ich ganz toll. Was gönnt sich ein Computer-alkoholisches? Ein Screenshot. Die Mädels konnten damit nichts anfangen, weil die nicht wissen, was ein Screenshot ist. Ist klar, die haben halt keine Smartphones und PCs. Aber ich fand das gut. Ich fand das wirklich gut. Wieder so, wie auch schon das letzte Mal. Es ist genau die richtige Ausgabe, in der ich dabei bin. Guckt euch die Folgen auf Deutsch und auf Englisch an. Da habt ihr jeweils unterschiedliche Witze. Und die sind alle gleich gut. Ging es dir aber nicht auch so? Du hattest diese Kamerafahrt und die zeigt dir dann, oh, da ist ein Infizierter, der wird gerade wach und der hört was. Das erhöht ja schon mal so ein bisschen die Erwartung. Und dann kommt dieses Gespräch zwischen den beiden. Es gibt diese Witze. Und man wartet irgendwie nur darauf, dass jetzt irgendwas passiert. Und es passiert aber irgendwie nichts. Absolut, ganz genau. Das denke ich aber auch die ganze Zeit schon. Das denke ich ab dem Moment, wo Riley durchs Fenster klettert, dass sie jetzt irgendwie mal erwischt werden müssen. Dass da noch jetzt eine Bedrohung kommt. Sei es durch Soldaten oder eben durch Runner oder durch sonst was. Und das kommt die ganze Zeit nicht. Beim ersten Mal gucken, habe ich das noch nicht so als so störend empfunden, sondern immer so als so ein Damoklesschwert, das über den schwebt halt. Aber beim zweiten Mal ist es definitiv so, genauso wie du sagst. Da ist einfach überhaupt gar keine Spannung drin mehr. Das ist einfach weg. Ja, kann ich bestätigen. Ich hätte das spätestens jetzt, hätte ich da irgendwas erwartet. Und ich hätte da auch nicht nur einen Runner erwartet. Ich hätte da irgendwie sehr viel mehr. Meinetwegen noch den alten Hausmeister oder sowas oder was auch immer. Das ist ja einfach nur jetzt hier irgendein Typ, entweder ein Kunde oder ein Mitarbeiter oder einer, der selbst geplündert hat oder so. Keine Ahnung. Ja, dazu kann ich dann gleich noch was sagen, wenn wir an der entsprechenden Stelle sind, wie es dann im Spiel ist. Jetzt kommen wir aber zu einer, ich sag mal, zwischenmenschlichen Spannung. Du hast es eben schon erwähnt. Ellie entdeckt halt im Lager von Riley selbstgemachte Rohrbomben. Und Riley hat ja immer wieder gesagt im Laufe der Folge, ja, die Fireflies, die sind gut und die plündern nicht und die bomben nicht so hoch, wo Menschen drin sind. Und diese Rohrbomben, finde ich, zeigen jetzt sehr deutlich, wie gesagt, die Fireflies sind auch keine Heiligen. Und Ellie ist dementsprechend auch relativ sauer und haut ab, wo ich dann dachte, oh, okay, sie wird jetzt bestimmt abhauen und dann irgendwo da draußen einem Infizierten begegnen. Nein, tut sie nicht. Wie hat dir denn diese, ich nenne es mal, Rohrbomben-Szene gefallen? Ja, also es ist natürlich scheinbar nicht so, dass irgendwie Riley jetzt noch überlegt, ist sie jetzt wirklich auf der Seite der Fireflies oder nicht. Die Entscheidung hat sie deutlich getroffen mit dem Bau dieser Rohrbomben. Und unsere ja zu dem Zeitpunkt zumindest noch schwanken. Der Ellie ist dann wohl offensichtlich schon ziemlich angewidert davon. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie es einfach generell blöd findet, Menschen zu töten. Unabhängig davon, auf welcher Seite die stehen, weil sie vermutlich einfach ein insgesamt gutes Herz hat. Und so, dass die Seite und so, welche da jetzt die Rohrbomben baut und einsetzt, dass ihr das egal ist. Also im Comic sehen wir auch gleich zu Beginn eine Szene, wo wir dann Federal-Soldaten sehen, die Infizierte töten und so. Also Infizierte sind noch nicht geturnt. Die sind einfach nur infiziert, werden durch Gerät entdeckt und dann halt niedergestreckt. Und das macht die auch fertig. Ja, und vorausgesetzt, der Neil Druckmann hat immer die gleichen Intentionen für seine Protagonistin hier gehabt. Dann ist das einfach eine junge Frau, die generell einfach keine Menschen sterben sehen möchte. Und das wird dann diese emotionale Reaktion bei ihr hier im Kaufhaus auch zur Folge gehabt haben. Und wir sehen ja dann auch, also sie entscheidet sich ja dann um. Sie will dann doch nochmal, sie dreht dann doch nochmal um. Und da hört man ja Schreie. Und da denkt man ja, oh, oh, jetzt ist endlich was. Endlich ist jetzt was. Eine kleine Sache, wo ich noch dazwischengrätschen meine, vieler tut mir leid. Ich habe vergessen zu erwähnen, wir erfahren in diesem Streitgespräch auch, dass Riley, das ist ihr letzter Tag in dieser Quarantäne zu, sie soll am nächsten Tag, also auswandern, sag ich mal, nach Atlanta. Ja. Und sie hat die Fireflies gebeten, Ellie aufzunehmen, aber Marlene, die haben wir in der ersten Folge gesehen, das ist so die Anführerin, hat aber gesagt, nein. Das sei noch kurz erwähnt. Und jetzt, ja, genau, hören wir einen Schrei, oder Ellie hört einen Schrei. Und ich dachte mir so, ich hatte die Folge schon mal vor ein paar Wochen gesehen, ich habe aber das meiste wieder vergessen und dachte wirklich so, okay, jetzt, haha, jetzt geht's los. Jetzt, jetzt wird das Setting mal richtig genutzt für ein paar richtig spannende Situationen, denn, ich hatte eben das TLC ein paar Tage vorher, das allererste Mal gespielt. und nein, diese Schreie sind, ist so ein Halloween-Gag, denn sie sind in so einer, in so einem Halloween-Shop, so einem Kostümshop und statt einem Infizierten gibt's jetzt erst mal eine Aussprache. Ja, aber du sag mal, wir reden ja die ganze Zeit davon, dass die, äh, Riley vier oder gar fünf Wunder im, ähm, in der Mall vorbereitet hätte und das wäre dann jetzt hier das fünfte Wunder. Hast du mal mitgezählt? Kommst du auf alle fünf Wunder? Also ich hab mich da schwergeteilt und ich hatte mittendrin das Gefühl, als ob die hier irgendwas übersprungen hätten. Also okay, also das, das ist auf jeden Fall das Karussell. Das fünfte Wunder, weil es hinzukam, ist die, ähm, Rolltreppe. Die war, und es waren ja eigentlich nur vier geplant, das war die fünfte und dann wird's schon eng. Also wahrscheinlich dann noch das Taco. Die Fotobox und die Arcade. Ja, okay. Also, also die Arcade und die Fotobox. Im, im Spiel gibt's noch so einen, äh, so einen Automaten, der dir die Zukunft voraussagen. Ach ja, okay. Das gibt's im Spiel auch noch. Ähm, ich muss aber sagen, dass mit diesen vier Wundern, das hab ich gar nicht mehr so richtig, äh, in Erinnerung gehabt oder das hab ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Also das, das hat sich für, also ich hab mich gewundert, als ich's dann gegen Ende nochmal sag, ach und das, ach ja, okay, das war's, okay. Ähm, aber es war für mich tatsächlich nicht, nicht so wichtig. Äh, wichtiger ist dann eher, dass jetzt eben, äh, Ellie, Riley ganz offen sagt, du bist meine beste Freundin. als sie sich dann diese Masken aufsetzen, übrigens exakt die gleichen Masken wie auch in dem DLC und dazu hören sie laut Musik und tanzen. Und ich wiederhole nochmal meinen Kritikpunkt. Für eine Postabflöpse, in der es wirklich überall der Tod lauert und jede falsche Bewegung könnte dann letzte sein, halte ich es einfach für unverantwortlich, in einer dunklen Mall oder in einer halbeleuchtenden Mall laut Musik zu hören und mit Maske auf dem Kopf rumzutanzen. Äh, glaub, also, natürlich, ich lebe nicht in der Postapokalypse. Es kann natürlich sein, dass man irgendwann abgehärtet ist und sich denkt so, was soll's, ne, wat küt, wat küt, wie der Kölner sagt. Aber, ich fand, das drosselte den Spaß, den ich an dieser Szene haben sollte, deutlich. Ja, also, ja, es ist einfach dann irgendwie schwierig, das muss man dann alles hinnehmen. Also, weil man hört das dann auch draußen, wenn alles still ist, dann in der Nacht, weil eben nicht mehr irgendwie Partys ist, ist immer Apokalypse, dann hörst du diese Musik auch außerhalb der Mall. Das hören dann auch die Fedra, das hören dann auch die Firefly und sonst wer. Also, das muss man schon, da muss man schon wirklich beide Augen zudrücken, damit man das einfach stressfrei noch schlucken kann. Aber wir hätten halt sonst diese tolle Szene, diese tolle Tanzszene nicht bekommen mit den Masken. Wobei ist ja nicht mal eine tolle Tanzszene. Das Tanzszene zu bezeichnen ist ja schon übertrieben, aber diese zwischenmenschliche Szene hätten wir so in der Form nicht bekommen. Ja, sie kommen sich wirklich näher, es ist schön und dann kommt der Infiziertenangriff. Und, ähm, ich war enttäuscht. Ja. wenn, wenn das so, äh, also, wenn das die Spannungskurve sein soll, das war halt nix. Also, zum Vergleich, im DLC ist es nicht nur ein Infizierter, da sind es gleich drei, vier, und zwar von diesen Runnern. Und du hättest halt wirklich in diesem DLC einfach weg, du willst da raus, ja. Du hast einen Stress, Adrenalin, du hast dieses Gefühl von Ausweglosigkeit, das ist richtig, ah, das, 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 das drückt einem so die, das Herz so zusammen, ja. Man will einfach nur raus aus der Situation. Hier ist es halt so, da kommt so ein Infizierter und macht auch Probleme. Ich hatte aber nie so wirklich das Gefühl, dass die wirklich, also, dass der irgendwie die Oberhand gewinnt. Klar, er haupt sie mal um, aber ich finde, dass Ellie sehr wehrhaft ist mit ihrem Messer und Riley hat ja dann auch später diesen, diesen Stock und diesen Baseballschläger. Natürlich werden beide gebissen, das ist kein Geheimnis, aber ich war dann doch sehr unterwältigt von dem, was sie daraus gemacht haben, weil, also, auch wie der kommt, ich meine, plötzlich ist der halt da. Der war halt nicht. Das hätte man so schön vorbereiten können. Es wird ja auch vorbereitet. So 10, 15 Minuten vorher gab es ja diese Kamera. Und wir sehen, oh, da ist was. Aber ich muss wirklich sagen, da war ich wirklich schwer enttäuscht von, wie sie das umgesetzt haben. Definitiv, da war viel zu wenig drin. Das ist einfach nur eine hektische Kampfszene und zwei junge Frauen, die wahrscheinlich das erste Mal in ihrem Leben richtig mit so einem Runner kämpfen müssen und so. auch da praktisch, dass Ellie wieder ihr Messer am Start hat. Das muss man definitiv sagen, das ist so, gerade wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, eigentlich sehr schwach gelöst. Und dadurch, dass es ja die Action-Szene in der Folge ist, gleich doppelt enttäuschend irgendwie. Da kann ich leider nichts weiter ergänzen, außer sich da nochmal in der Form zu bestätigen. Beim ersten Mal schauen ist es mir nicht so aufgefallen, aber so beim zweiten Mal, also da muss man dann halt auch mal gucken, was hat das für Konsequenzen. Und eigentlich will ich auch nochmal kurz auf das davor zu sprechen kommen, wie sie da oben stehen und miteinander reden. Gut, wir haben jetzt quasi den Kaffee abgehakt, weil so schnell wie er kommt, ist er auch wieder vorbei. Und ja, okay, wir sehen, beide wurden scheinbar von dem Typen gebissen mit den Konsequenzen, die das eben so hat. Und das hat so im Nachhinein auch so ein bisschen die Szene davor eigentlich wieder entschärft, finde ich. Also sie stehen da oben und tanzen. Die Ellie guckt die Riley an, beide haben ihre Maske ab und sie bittet sie, bleibt doch bitte. Daraufhin sagt Riley, ja okay, ich bleibe. Was wirklich schon, also, und dann, also okay, macht sie halt, wie kann man wohl so kurz, und dann daraufhin siehst du in der richtigen, du siehst in dem Gesicht von Ellie dann auch diese Erlösung, die sie dann mit diesem, ja okay, ich bleibe hat. Und das ergibt ihr halt diesen Freudenmoment, der sie dann dazu animiert, ihr den Kuss zu geben. Und das fand ich alles schön, alles glaubhaft, alles toll. Aber so im Nachhinein ist dieses, ja, ich bleibe, auch völlig egal, weil sie ist ja jetzt, also, es weiß sie zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, aber sie ist ja dann eh quasi gleich tot. Also, ja, hätte sie gesagt, nein, ich bleibe nicht, ich stehe für meine Überzeugung, die hätten sich im Streit getrennt, und dann wäre der Kampf passiert, wäre das Ergebnis der Folge dasselbe gewesen. Ja, wobei, ich fand diesen Ausdruck in Ellie's Gesicht ganz schön, nachdem sie den Runner halt mit dem Messer erledigt hat, dieses Gefühl so, aha, ich hab's geschafft, und dann sieht sie halt Reillys Gesicht und dann guckt sie an sich runter und sieht halt eben diese Bisswunde. Und dann ist sie halt sofort klar, was Sache ist und dann wird ja auch relativ schnell gewahrt, dass auch Reilly gebissen worden ist. Und das ist eigentlich eine unglaublich traurige Szene und eine traurige Situation, aber sie wirkt bei mir einfach nicht. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich halt den DLC kenne und wusste, was auf mich zukommt, oder weil es halt im Vorhinein schon klar war, dass Ellie nicht sterben wird, ja, sondern nur Reilly. Aber irgendwie hat mich das nicht bekommen. Das ist an mir abgeprallt wie Teflon. Ich weiß nicht, ob es bei mir gewirkt hätte, wenn sie mir davor ein bisschen was zum Mitfiebern gegeben hätten. Ich weiß es nicht. Aber ich war tatsächlich ein bisschen auch von mir selbst überrascht, wie egal mir das war tatsächlich. Ja, das soll halt diese ganzen Gespräche vorher zwischen den beiden sollen halt da eine gewisse Bindung erzeugen, die dir jetzt dafür sorgt, dass du traurig wirst und so. Aber in dem Moment ist es, glaube ich, Storm Reid, die da nicht performt. Wenn die halt da ihre Hand in die Kamera hält und so, weiß nicht, vielleicht war da einfach auch die Stelle, an der sie gebissen wurde oder halt dieser Reveal dann einfach auch nicht emotional genug. Also da weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht war es auch nicht Storm Reid, sondern halt eben in dem Fall die Regie oder so. Vielleicht hätte man es anders verpacken, vielleicht hätte es eine Überraschung sein müssen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie beide voll im Adrenalinrausch gewesen wären, hätten sie sich total gefreut darüber, dass sie beide gerade gemeinsam den Runner getötet haben. Und dann mit dem Abnehmen des Adrenalins merken sie, oh fuck, ich blute. Oh fuck, ich wurde gebissen. Vielleicht wäre das der bessere Reveal gewesen, so in dem Fall. Ich bin mir da unsicher. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil wir eben jetzt mit Riley die letzten 45 Minuten verbracht haben, aber mit Joel halt eben die letzten, ich sag mal, fünf, sechs Folgen. Und zu Joel springen wir jetzt auch wieder zurück und dieser Sprung zurück in die, ich sag mal, Gegenwart hat mich ein bisschen irritiert. Ja, er kam erprobt. Er kam erprobt, aber das ist ja Absicht. Also das ist ja immer ein Wechselspiel zwischen Riley hat Angst um Joel und Riley hat Angst um, ich sag mal Riley, Ellie hat Angst um Joel und Ellie hat Angst um Riley, weil sie halt, das sind ja diese Parallelmontage, wir sollen halt ihre emotionale Ausbrüche mitnehmen und wir sollen halt verstehen können, warum sich jetzt alles tut, um auf jeden Fall Joel zu retten. Eine Person, die ihr sehr wichtig ist, weil sie es damals schon nicht geschafft hat, Riley zu retten, eine Person, die ja ebenfalls sehr wichtig war. Das soll diese Parallelmontage machen. Ich fand's aber tatsächlich sehr ungelenk geschnitten irgendwie. Also ich fand's seltsam, dann irgendwie wirklich in den letzten fünf Minuten oder vier Minuten dieser Folge das dann reinzubringen, weil, also für mich war es klar, warum sie das tut nach dem Ganzen. Ich hätte diesen Rückschnitt auf Joel gar nicht mehr richtig gebraucht, glaube ich. Vor allem hat es so ein bisschen, ja, also mir war klar, die Folge ist bald vorbei, man sieht ja auch immer die restliche Zeit, die noch ist, aber ich wollte halt wissen, wie es mit Joel weitergeht und ich weiß, wie es weitergeht durch die Spiele und die Serie hält sich relativ eng an ans Spiel, aber trotz allem, die ganze Zeit, während dieses Mall-Abenteuer ist, dachte ich mir, ja, okay, was ist mit Joel? Weil diese Beziehung zwischen Ellie und Joel, die kennen wir, die haben jetzt schon über mehrere Stunden lang wirklich, wurde die ausgeformt und das ist halt keine Behauptung. Die Beziehung zwischen Riley und Ellie ist halt nur eine Behauptung, weil das meiste davon haben wir gar nicht mitbekommen. Da wird einfach gesagt, die sind halt Best Friends, die lieben sich auch so ein bisschen, hier habt ihr noch 30 Minuten mit denen und gut ist, das ist mir zu wenig. Dann lieber halt mehr von Joel und ja, ich fand's unglücklich, ungelenk gelöst in der Folge, ganz ehrlich. Naja, also ich meine, es ist ja spannend, dass sie das auch im Hauptspiel so nicht drin haben. Es ist ja dann doch ein nachgelieferter extra Content, bei dem ich mir, ohne dass ich irgendeine Ahnung hätte, wie die Entwicklungsgeschichte des Videospiels gewesen ist, vorstellen könnte, dass die schon auch ursprünglich Teil der Planung war und halt eben rausgenommen wurde, weil es halt genau diesen, weil es keinen Mehrwert hat unterm Strich. Wir wissen eigentlich jetzt nur, also im DLC wird Ellie auch gebissen, richtig? Genau, genau. Also wir wissen halt dann, wie es zu Biss kam. Das ist ja die entscheidende Info. Aber ob sie da jetzt eine Freundin hatte und ob sie die nicht hatte und ob die noch lebt und so. Wir sehen ja hier übrigens auch nicht wirklich Riley sterben in dieser Folge. Wir sehen nur, dass sie gebissen wurde. Aber ob das jetzt so diesen riesen Mehrwert hat, ob ich jetzt so sehr viel mehr Verständnis für die emotionale Welt von Ellie habe, das weiß ich alles nicht. Wie gesagt, beim Spiel ist es rausgenommen worden, warum es jetzt extra in die Serie rein musste, kann ich nicht sagen. Es fühlt sich tatsächlich wirklich ein bisschen unnötig an. Ich glaube ja tatsächlich, dass es so geendet ist, dass sie einen Selbstmordpakt geschlossen haben und sich gegenseitig töten wollten, aber Ellie konnte sich nicht töten. Ich meine nämlich, dass in einer der vergangenen Folgen doch irgendwie gesagt wurde, dass Ellie schon mal auf einen Freund geschossen hat. Meine ich mich. Das kann man zur Sprache. Also korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich da falsch liege. Und deswegen habe ich, für mich ist so zusammengesetzt, dieses Puzzle, dass sie vermutlich sich halt gesagt haben, kommen wir ja, ich töte dich, du tötest mich und Ellie hat es dann nicht über das Herz bekommen, sich selbst zu töten. Also könnte ich mir vorstellen. Das wäre natürlich die größte Tragik, die es noch gibt. Warum sie das nicht zeigen, ich weiß nicht, hätte man es zeigen sollen? Ich mag es ja, wenn es so Leerstellen gibt. Deswegen glaube ich, gefällt mir die Folge auch nicht so gut, weil ich finde, dass diese Leerstelle, wann wurde halt Ellie gebissen, das ist so ein Mysterium, das hätte man nicht auflösen brauchen. Gehen wir mal zurück zur eigentlichen Folge. Wir sind jetzt wieder in der Gegenwart, aber auch nur ganz kurz. Wir sehen, wie Ellie da in diesem Haus, wo sie den Unterschlupf gefunden haben, die Schränke und Schubladen durchsucht, um Nadel und Faden zu suchen. Und dann findet sie etwas und dann gibt es den Cut zurück in die Vergangenheit zur Maul. Und auch wenn ich die Szene toll finde, weil wir sehen jetzt, wie Riley einfach konsternierter sitzt und sich quasi mit ihrem Schicksal abgefunden hat und Ellie macht das anders. Die rastet nämlich aus und schlägt da alles kurz und klein. Dachte ich mir auch so, warum ist dieser Schnitt? Also hätte man das nicht einfach in der Maul jetzt abhandeln können und dann in die Gegenwart springen? Und das habe ich nicht ganz verstanden. Also ich bleibe dabei, ich fand das sehr ungelenk. Ja, es sollte halt wirklich mit der Faust aufs Auge diese zwei Verlustszenen irgendwie kombinieren. Und wie sie vielleicht auch jetzt anders mit Verlust umgeht. Damals in der ersten Szene, in der alten ursprünglichen Maul-Szene war sie halt überfordert, gestresst, aggressiv, konnte damit nicht umgehen, hat sich ihrem Schicksal ergeben irgendwie. Und da geht es halt um die Frage, wie leben sie jetzt damit oder wollen sie überhaupt noch damit leben, dass sie beide gebissen wurden. Und bei Joel sehen wir halt schon, wie sie halt kämpft, wie sie alles tun würde, um ihn zu retten und halt nicht aggressiv irgendwie, keine Ahnung, was kaputt macht. Sie könnte ja auch bei Joel, ich meine, hätte sie gesagt, hier, sorry, aber ich bin 14 oder 16, ich kann jetzt eben nicht den Bauch operieren. Auf Wiedersehen. Das hätte sie auch machen können. Und hätte sie einfach ins Lager zurückgehen können zum Bruder von Joel und dann hätte das ja theoretisch auch funktioniert und so. Aber nein, sie kämpft, sie durchsucht da das Haus und findet dann eben auch Nadel und Faden und zieht das halt auch durch. Auch auf die Gefahr, dass es schief geht, aber besser als gar nichts. Ich denke, das soll es einfach verdeutlichen, dass sie sich vielleicht ein bisschen geändert hat im Umgang mit Sterbesszenen oder Verabschiedungsszenen, keine Ahnung. Tja, Verabschiedung passt ganz gut, denn das war es auch. Das Letzte, was wir in der Folge sehen, ist, wie Ellie Joel zunäht und dann setzt auch schon der Abspann ein. Und ja, wir wären dann durch und könnten zu einem Fazit kommen. Und wie immer darfst du dein Fazit abgeben und dazu sagen, ist diese Folge ein Dosenchampingon? Also hat sie dir nicht so gut gefallen? War sie Steinpilz? Das ist dann gut bis sehr gut. Oder war sie vielleicht sogar Trüffel? Was sagst du? Ja, also es ist halt irgendwo so zwischen Steinpilz und Champignon. Sagen wir mal insofern Steinpilz, weil ich es halt, ich finde es gab schon eine Menge tolle Szenen, die mir auch gefallen haben. Also insbesondere halt, Ellie kommt ins Kaufhaus und sieht dann die Lichter angehen und strahlt. Sie strahlt, als erst mal auf dieser Rolltreppe drauf ist. Dann auch die Kussszene, da das fand ich per se jetzt auch schon alles ganz cool und so. Aber das sind so die drei Sachen, die mir da auf jeden Fall auffallen. das hat mir gefallen. Bei der Erstsichtung haben mich diese ganzen Sachen mit mangelnder Spannung und so nicht so gestört wie jetzt bei der Zweitsichtung. Insofern würde ich der Erstsichtung auf jeden Fall da jetzt auch mal Vorrang bei meiner Priorisierung einräumen. Insofern alles cool, aber da gibt auf jeden Fall einiges und man muss sich auch die Frage stellen, musste das jetzt unbedingt sein? Ich meine, wir hatten auch diese andere Folge 30, glaube ich, wo wir das Schwule Pärchen und die Geschichte des Schwule Pärchens haben. Auch da ist es im Ergebnis scheißegal, was mit denen passiert ist. Das hat für unsere Protagonisten überhaupt keine Auswirkungen auf die ganze Serie eigentlich nicht und ist insofern schon vergleichbar. Aber da war die ganze emotionale Wucht nochmal deutlich härter, deutlich stärker. Das fand ich deutlich besser ausgearbeitet und so und da waren auch viel mehr Verweise auf aktuelle in der echten Welt passierende Dinge wie halt meinetwegen Prepper und was nicht alles und QAnon und so. Das fand ich alles deutlich spannender und unterhaltsamer noch als es jetzt hier in der Folge war. Ja, also irgendwo zwischen diesen beiden Kategorien und vielleicht noch als auch als Ergänzung nochmal vom Comic der letzte dazu. Sie, unsere Riley nimmt hier hier im Comic erst Fahrt auf, will ja erst in den Fireflies gehen und das tut sie dann tatsächlich auch und da lernen wir dann auch diese Marlene auch erstmal nochmal richtig kennen und das ist mir so in der Serie noch nicht aufgekommen. Marlene kennt Ellie und Ellie weiß gar nicht, so genau warum und Marlene drückt Ellie einen Brief in die Hand. Einen Brief von der, glaube ich, Mutter von Ellie und da steht halt ein bisschen was vermutlich, also wir sehen den Brief nicht richtig, da wird irgendwas drinstehen dazu, warum sie ist, wie sie ist und wo sie herkommt und so und das ist ganz spannend, das ist halt überhaupt nicht Teil dieser Ausgabe. Ich glaube allerdings, dass es in späteren... Da kann ich dir so viel sagen und euch da draußen auch, ich habe die Serie ja schon komplett gesehen, sämtliche Folgen, da müsst ihr dann warten auf die letzte Folge, auf Folge 9. Da wird dann Marlene vorkommen und auch Ellies Mutter und da werden ein paar Sachen beantwortet werden. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja und das ist auch so der letzte und das glaube ich, das wird man auch und das wird man auch bei einem großen Staffelfazit so eigentlich nochmal unterschreichen können. Diese Serie, die mir gut gefällt, die ich gern gucke, die jetzt okay, vielleicht nicht immer das Maximum an Spannung hat, aber das ist noch tolerabel. Der hat ein riesen Problem, denn du weißt genau, du musst dich eigentlich an keinen Charakter außer Ellie und Joel wirklich gewöhnen. Alle anderen sterben dir schneller weg, als du sie kennengelernt hast. Gerne auch innerhalb von ein oder zwei Folgen. Das ist wirklich so ein Abarbeiten von Stationen, wirklich wie so Level in dem Videospiel und wenn das Level rum ist, dann ist es wieder wie vor dem Level. Also das muss ich sagen, ist schon sehr enttäuschend. Ja okay, wir haben jetzt den Bruder auch von Joel, den werden wir bestimmt nochmal irgendwann wiedersehen und da habt ihr dir in eurem Recap ja darauf hingewiesen, dass das irgendwie da Inhalte schon aus dem zweiten Teil vorweggegriffen worden sind. Aber das ist schon echt ein tierisches Problem, weil egal wen die mir da jetzt einführen in den nächsten Folgen oder auch in der zweiten Staffel, ich würde kaum davon ausgehen, dass diese Personen eine großartige Rolle spielen werden. Ja, vielleicht doch, aber dazu dann mehr, wenn dann irgendwann mal die zweite Staffel vor der Tür steht. Pass auf, ich mache meinen Vater relativ kurz, für mich ist es tatsächlich die allererste Dosen-Champingung-Folge. Ich fand sie nicht katastrophal schlecht, aber noch mehr wie in der Folge davor finde ich, dass sie aus dem vorhanden Potenzial nichts gemacht haben. Das finde ich immer sehr ärgerlich, sehr, sehr schade. Es war auch glaube ich die erste Folge, wo ich wirklich mich manchmal sogar ein bisschen gelangweilt habe. Oh weah. nur vereinzelt und wie gesagt, die sah auch toll aus und es gab wirklich hinreißende Einzelmomente, aber nochmal, das war irgendwann nur noch so ein Abarbeiten von einer Station zur nächsten und keine Spannung und ja, ich erwarte mittlerweile auch gar nicht mehr, dass dieses Pilz-Netzwerk noch irgendwann mal wirklich vorkommt, aber jedes Mal, wenn es irgendwie heißt infiziert, denke ich, oh ja, jetzt gleich kommt eine Spannungssequenz, denn wir wissen ja, pass auf, wohin du trittst und dann passiert aber gar nichts und das ist einfach sehr schade. Keine schlechte Episode, Gott bewahre, aber für mich trotzdem dieses Mal nur Dosen-Champing-Gong, aber hey, auch die können gut zubereitet, lecker sein und damit sind wir am Ende. Andi, ich war, also ich muss ehrlich zu dir sein, ich hatte am Anfang meine Bedenken, nur zwei Mann, okay, zwei gute Mann, nämlich wir beide, die einen Recap machen zu dieser Folge, kann das gut gehen und ich glaube, wir haben es gerockt. Es war ein sehr schöner, intimer Moment, ich habe das genossen. Ja, danke dir, du. Ich habe zu danken. Ihr da draußen, ich sage auf Wiederhören, wir hören uns nächste Woche, dann wahrscheinlich wieder zu dritt zur achten Folge und die Abmoderation macht der Schäfer per se, weil der weiß am besten, wo wir uns dann, wo ihr uns finden, hören und werten könnt. Also dann, tschüss und Andi, bis stage ist juraus. Liebe Leute, ihr findet den Tele-Stammtisch, einen Podcast mit Schwerpunkt auf Filme, Serien und Comics, so ziemlich überall, wo man Podcasts zu finden kann. Gebt einfach mal, an dem Ort, wo ihr sonst so seid, einen Podcast zu hören, wie Spotify oder Apple Podcast oder Google Podcast oder eben eurem Podcatcher, mal ein, der Tele-Stammtisch. Dann findet ihr uns schneller, als ihr das wollt. Wenn ihr noch Kontakt zu uns aufnehmen möchtet, tut das in Social Media Plattformen eures Vertrauens. Auch da sind wir überall zu finden und wenn ihr gar nicht genau wisst, was ihr eigentlich wollt, dann guckt mal auf tele-stammtisch.de vorbei. Dort findet ihr viele lustige und spannende Informationen, unter anderem auch, wer wir eigentlich sind und sogar Fotos. All das sind Dinge, die will ich euch nicht verheimlichen. Guckt unbedingt mal vorbei. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.